Wir haben ihn dazu gebracht, dass er sich auszieht. Mein Kollege gibt ihm einen Tanga und sagt, zieh dir diesen Tanga an, geh auf den Tisch und tanz für uns und dann lassen wir dich erst gehen. Er sagt, ich weiß nicht, ich soll dich da hinfahren, er hat mir 500 Euro dafür gegeben. Ich soll dich da jetzt hinfahren. Ich so, fahr mich nirgendwo, Mann, ich hab ein Taxi gerufen, du fährst mich dahin, wo ich das will, Junge. Er ist übertrieben krank, der will uns auseinandernehmen. Kusis, herzlich willkommen zur Live-Premiere, jeden Sonntag 20.15 Uhr. Riesengroßen Dank für euren Support. Danke für über 50.000 Abonnenten in dieser kurzen Zeit. Wir geben hier absolut Vollgas. Ich will auch gar nicht jetzt um den heißen Brei reden. Lasst uns direkt starten. Ich weiß, ihr seid heiß und ihr wollt einfach, dass wir starten. Attacke. Ich hab auf jeden Fall den Falschen gemobbt. Er hat mir mein Leben zur Hölle gemacht. Mein Name ist Omar und heute erzähl ich euch meine Geschichte hier. Ich fang einfach mittendrin an. Meine Breis und ich sind jeden Tag im Kaffee. Wir chillen, trinken Kaffee, spielen am Automaten, rauchen, chillen, machen alles mögliche. Wir sind auch Dealer. Wir verkaufen Gras. Und irgendwann kam so der Tag, wo wir gesagt haben, wir brauchen ein paar Läufer mehr. Wir brauchen ein paar Läufer mehr und haben uns ein paar rausgepickt. Drei von vier waren dabei. Einer hat gesagt, mach ich nicht. Und das hat uns irgendwie so sehr gekränkt, dass wir ihn gepackt haben. Wir haben ihn gepackt und haben ihn in den Wald gefahren. Wir haben ihn in den Wald gefahren und haben gesagt, wie sieht's aus? Warum nicht? Warum, warum? Du kriegst Geld. Du hast Schutz. Du hast alles, was du brauchst. Warum? Nimmst du uns nicht ernst? Hast du keine Angst? Hast du keinen Respekt? Warum nicht? Er hat gesagt, ich möchte einfach damit nichts zu tun haben. Ich möchte mit Drogen nichts zu tun haben. Bitte versteht das doch einfach. Ich möchte es nicht. Ich möchte mit diesen Geschäften nichts zu tun haben. Ich chill gerne mit euch jeden Tag im Café. Ich lasse auch ein bisschen Geld da. Ich trinke bei euch, esse bei euch, spiele auch gerne mal am Automaten. Aber lasst mich bitte mit diesen Drogengeschäften in Ruhe. Auf einmal holt mein Kollege aus und gibt ihm ein Ding. Der andere gibt ihm auch ein Ding. Ich gebe ihm auch eine Bombe. Er liegt auf dem Boden. Wir treten ihn zusammen. Wir schlagen ihn zusammen. Wir packen ihn wieder ins Auto und sagen, du kommst jetzt mit, du kleiner Hund. Und was fällt dir ein, nein zu sagen? Janni, wir waren übertrieben in unserem Film. Wir fahren zurück ins Café. Keiner ist im Café. Es ist 3, 4 Uhr nachts. Und er heult die ganze Zeit im Auto hinten rum. Lasst mich in Ruhe, bitte. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Gibt es nicht. Will ich nicht, gibt es nicht. Du kommst jetzt mit. Du bist am Arsch. Wir gehen ins Café. Und dann sagt mein Kollege zu ihm, zieh dich aus. Wir wollen, dass du dich jetzt ausziehst. Denkst du halt, was hat er denn jetzt vor? Wir haben ihn dazu gebracht, dass er sich auszieht. Mein Kollege gibt ihm einen Tanga und sagt, zieh dir diesen Tanga an. Geh auf den Tisch und tanz für uns. Und dann lassen wir dich erst gehen. Er sagt, bitte Bruder, hör auf damit, Mann. Ihr nehmt mir meine komplette Männlichkeit. Ihr seid hier 4, 5 Leute, Mann. Es geht hier gerade zu weit. Hört auf damit. Bringt mich um, aber ich werde das nicht machen. Wir haben ihn auf jeden Fall Windel weichgeschlagen und er hat es dann doch gemacht. Er hört einfach er hört einfach nicht. Er sagt nicht, ja okay, mach ich. Es wäre echt einfach gewesen für ihn. Er musste nur ab und zu von A nach B laufen und die Leute kommen zu ihm nehmen das Gras und er kriegt Geld fertig. Ich weiß, es war eine eklige Aktion, aber wie gesagt, wir sind übertrieben in unserem Film. Und er sagt die ganze Zeit, bitte hört auf damit, hört auf damit. Und ich sage so zu ihm, wir wollen doch nur spielen. Es macht doch gerade so Spaß. Es hat richtig Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Wir haben ihn echt verdammt lange gequält. Irgendwann war es vorbei. Wir haben ihn laufen lassen. Wir lachen uns noch einen ab. Wir lachen ihn aus. Wir sagen zu ihm, du verpisst dich jetzt so, Schwuchtel. Hast hier gerade mit einem Tanga hier vor uns getanzt. Schämst du dich nicht? Hast du nicht gerade eben gesagt, ich sterbe lieber, als das zu machen? Aber wenn ein Mensch sich in die Enge gedrängt fühlt oder sich unter Druck gesetzt fühlt, dann macht er alles. Auf jeden Fall. Die Nacht war vorbei, Jungs, Mädels. Ich gehe nach Hause. Die Cousins gehen auch nach Hause. Und zwei Wochen später. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe ihn auch nach diesem Tag, habe ich ihn nicht wieder gesehen. Zwei Wochen später. Klopft es an meinem Fenster. Ich mache so die Dings weg, die Gardine weg. Ich gucke, da steht niemand. Ich denke so, vielleicht habe ich mir irgendwas eingebildet. Nächste Nacht genauso. Darauf die Nacht genauso. Darauf die Nacht genauso. Ich werde wahnsinnig. Ich kann mir das noch nicht jeden Tag einbilden. Ich mache Gardine weg. Keiner steht da. Und dann kam schon der allererste Schock. Ich stehe morgens auf. Ich mache mich fertig. Ich suche wie so ein Verrückter meine Schlüssel. Ich finde einfach meine Schlüssel nicht. Und ich habe sie immer auf diesem Scheißtisch. Aber sie waren einfach nicht mehr da. Ich finde meine Schlüssel nicht. Ich will zum Auto meine Schlüssel liegen auf der Motorhaube. Ich denke so, verdammte Scheiße, Alter. Was geht hier ab? Was ist hier los? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich bin gar nicht auf ihn gekommen, weil er eigentlich schon ein richtiger Dulli ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er es ist. Aber es kann nicht er sein. So viel Eier hat dieser Typ nicht. Nächsten Tag, ich bekomme einen Brief von der Polizei. Zeugenaussage. Mobbing und bla bla bla. Keine Ahnung, was da drin stand. Er hat uns angezeigt. Wir durften uns ihn auch nicht mehr nähern. Irgendwie so einen Umkreis von 150 Meter oder so. Auf jeden Fall ein paar Tage vergehen. Ich stehe morgens auf. Ich mache mich wieder fertig. Ich will raus. Ich sehe einfach, mein Kater ist tot. Mein Kater liegt einfach vor der Tür tot. Ich raste aus. Ich rufe die Jungs an. Ich sage, ey, irgendjemand versucht mich zu ficken, Alter. Der Bruder am Telefon sagt zu mir, Bruder, bei mir genauso. Jeden Tag klopft das an meinem Fenster. Jeden Tag ist irgendwas voll komisch. Ich sage zu dem Bruder, meinst du wirklich, das könnte er sein? Er sagt niemals. Mitten in der Nacht klingelt es bei mir zu Hause. Ich gehe hin, ich mache Tür auf, keiner steht da. Also er macht richtige Psychofilme mit mir. Nächste Nacht, es klingelt wieder. Ich laufe wieder zur Tür. Ich gucke, keiner ist vor der Tür. Ein, zwei Tage vergehen, es ist nichts passiert. Ich bin aber wach. Ich weiß, dass es immer so gegen zwei, drei Uhr geklingelt hat. Ich bin im Wohnzimmer, es klingelt, ich schwöre es euch. Es hat keine fünf Sekunden gedauert. Ich habe die Tür aufgemacht. Keiner steht da, verdammte Scheiße. Und dann bin ich durchgedreht. Ich habe geschrien. Ich habe gesagt, guck mal, du kleiner Hund, wenn du irgendwo hier bist, komm. Mann gegen Mann, fertig. Aber hör auf, diese Filme mit mir zu machen. Ich kann nicht mehr. Kein Ton, nix, gar nix. Da war niemand. Ich bekomme Nachrichten. Per SMS. Ich kriege Nachrichten per SMS, aber ohne eine Telefonnummer. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Ich kriege einfach eine Nachricht ohne eine Nummer, ohne Handynummer. Da steht einfach plus 4, 9 und so Sternchen waren da. Da steht einfach eine Nachricht. Und? Macht dir das Spaß? Wie geht's dir? Worüber denkst du nach? Wer könnte ich sein? Was werde ich als nächstes tun? Wirst du das Ganze hier überleben? Und ich denke mir, Junge, was bist du für ein abgewichster, kranker Typ. Ich gehe zur Polizei. Ich sage, dieser Typ, der mich angezeigt hat, der belästigt mich. Jeden Tag. Jeden verfickten Scheißtag. Die sagen, wir fahren da hin, wir schicken da jemanden hin und wir fragen mal. Ich so, wann macht ihr das? Machen wir jetzt sofort. Ich so, okay. Die fahren da hin. Ich beobachte das Ganze vom Weiten. Er macht die Tür auf. Polizei sagt so und so. Und er sagt, ich habe mit diesen Menschen nichts zu tun und ich möchte bitte in Ruhe gelassen werden von denen. Ich möchte nicht mal deren Namen hören. Dann geht er rein, holt so einen Zettel vom Psychologen und sagt, bitte, ich habe psychische Probleme wegen denen. Die haben mich gemobbt, die haben mich geknebelt, die haben alles Mögliche mit mir gemacht. Bitte, ich möchte nur in Ruhe gelassen werden. Und fängt auf einmal an vor der Tür zu heulen und ich denke so, Alter, wenn er das nicht ist, wer ist es denn sonst? Ich gehe wieder nach Hause. Ich gehe wieder nach Hause. Ich liege auf der Couch und überlege mir die ganze Zeit, wer könnte das sein? Auf einmal kriege ich ein SMS und wie war es bei der Polizei? Was hast du denen gesagt? Denkst du, es hilft dir weiter? Denkst du wirklich, du kannst dich so retten? Ich gehe zur Polizei. Ich so, guck mal bitte, was ist das? Die haben versucht, das herauszukriegen. Nicht mal das haben, das ging auch nicht. Ich denke mir, Alter, 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 wer ist das, Mann? Wer ist das? Es vergehen wieder ein, zwei Tage. Es vergehen wieder ein, zwei Tage. Es ist so drei Uhr nachts, vier Uhr nachts. Mein Handy klingelt, ich gucke drauf. Meine Freundin, Schatz, und so ein rotes Herzchen. Ich gehe ran, ich sage, ja, Schatz, alles okay. Auf einmal höre ich, hier ist nicht dein Schatz. Hier bin ich. Ich bin gerade bei ihr. Atmet sie noch? Atmet sie nicht mehr? Leidet sie gerade? Ist sie überhaupt bei mir? Habe ich sie nicht schon vielleicht längst irgendwo verbuddelt? Das möchtest du jetzt gerne wissen, ne? Ich habe ihnen gesagt, guck mal, egal was du getan hast, dafür wirst du bezahlen. Bleib da, wo du bist, ich komme jetzt, du verfickter kleiner Bastard. Ich bin ins Auto gestiegen, ich schwöre es euch, ich bin 50er-Zone-120 gefahren. Ich war in drei, vier Minuten da. Ich klingel wie ein Verrückter bei denen an der Haustür. Ihr Vater hatte sowieso schon einen Kicker auf mich. Er hatte mich richtig übertrieben im Fokus. Aber ich klingel wie ein verrückter Sturm klingeln. Die Tür geht auf, ihr Vater. Er sagt, was machst du denn um diese Uhrzeit? Ich habe gesagt, wo ist sie? Sie ist oben im Zimmer. Ich renne einfach an ihnen vorbei. Es war mir scheißegal. Ich gehe in ihr Zimmer. Sie liegt mit dem Rücken so zur Tür. Das heißt, ich sehe ihr Gesicht nicht. Ich laufe zu ihr hin. Ich drehe sie um. Sie erschreckt sich. Ich sage, was ist jetzt los? Ich habe gesagt, ist bei dir alles okay? War irgendjemand hier bei dir im Zimmer? Er sagt, nein, ich bin am Schlafen. Was ist denn los? Ich sage, wo ist dein Handy? Er sagt, hier ist mein Handy. Ich nehme Handy. Ihr Handy ist da. Sie ist da. Keiner ist bei ihr. Wie hat er das gemacht? Ich glaube mir eins. Ich bin mit meinen Nerven am Ende. Ich bin mit meinen Nerven komplett am Ende. Ich steige ins Auto. Ich fahre wieder zurück. Ich drehe mir erst meinen Joint. Ich rufe meinen Kollegen an. Ich sage, komm mal ins Café, Bruder. Irgendwas. Ja, nicht dieser Typ. Der ist krank. Der ist übertrieben krank. Der will uns auseinandernehmen. Also, Bruder, frag nicht, Alter. Bei mir solche ähnlichen Dinge. Solche ähnlichen Dinge. Wir sitzen im Café. Ich kriege wieder ein SMS. Bringt mir mal einen Kaffee. Mit zwei Milch und zwei Zucker, wenn ihr schon da sitzt. Bruder, wir sitzen alleine in diesem verfickten Café. Wie hat er das gesehen? Woher weiß er das? Diese kranken Psychofilme haben einfach nicht aufgehört. Nächster SMS. Deine Freundin ging es doch gut, oder? Und du möchtest doch, dass es deiner Freundin weiterhin gut geht. Du möchtest doch nicht, dass ich dich aus dem Hinterhalt angreife. Irgendjemand aus deiner Familie umbringe. Dich umbringe. Einen deiner Freunde umbringe. Deine Freundin dran glauben muss. Oder irgendein Mensch aus deinem Leben, den du liebst. Möchtest du das? Nein, möchtest du nicht. Also gib mir etwas, um mich ruhig zu stillen. Ich möchte etwas von dir haben, was mich einfach wieder beruhigt. Und du entscheidest was. Und du hast dafür 48 Stunden Zeit. Solltest du das nicht tun, wirst du einen Menschen aus deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis verlieren. Ich gucke meinen Kollegen an. Ich habe gesagt, Bruder, ruf mal Ali an und besorg mir mal eine Knarre. Ich fixe seine Mutter jetzt. Irgendwann reicht es doch. Er besorgt mir eine Knarre. Ich gehe zu ihm vor die Tür. Er macht die Tür auf. Ich halte Knarre gegen sein Gesicht. Ich sage, du verfickter Huren. Bis wann willst du das machen? Oh mein Gott, was willst du denn hier? Du darfst doch hier gar nicht sein. Was weiß ich? Drückt irgendeinen Knopf. Sofort war Polizei da. Ich sage zu ihm, warum machst du diese ganze Scheiße? Er sagt, ich habe damit wirklich nichts zu tun. Ich bin das nicht. Wer ist es denn sonst, wenn du es nicht bist? Wer ist es denn sonst? Ich komme auf mein Leben. Ich glaube, Polizei kommt. Polizei sieht nur noch Knarre in meiner Hand. Er sagt, er hat mich bedroht. Er wollte mich umbringen. Er hat die Knarre in der Hand. Sofort Knarre wird weggenommen. Handschellen. Er lächelt mich an und sagt, ich wollte doch nur spielen. Das Einzige, was ich wollte, war doch nur spielen. Spielen macht doch so Spass. Ihr habt doch auch so viel gespielt. Ich wollte doch auch nur spielen. Warum nimmst du das so ernst? Hat es keinen Spass gemacht, dieses Spiel? Ich habe richtig Spass dabei gehabt. So wie ihr auch Spass hattet. Was ist los? Einfach Knast. Er hat mich auseinandergenommen. Er hat mich einfach auseinandergenommen. Ich kam genau für drei Jahre rein. Räuberische Erpressung und dies und das und bla bla bla. Ich bekomme aber im Nachhinein irgendwann mit im Knast, dass er gar nicht aufhört und dass er die anderen Jungs auch weiterhin bearbeitet. Richtig bearbeitet. Und das Schlimmste, was passiert ist, einer von den Jungs, der hat es nicht mehr gepackt. Der war seine Psyche so heftig angegriffen, Psychiatrie gelandet. Drogen, Alkohol. Er hat sich versteckt. Er hat sich nicht mehr rausgetraut. Der Typ hat unser Leben gefickt. Die Täter wurden einfach zum Opfer und das Opfer wurde zum Täter. Und ich denke mir, Digga, wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Auf jeden Fall, ich sitze im Knast. Ein Kollege von mir in der Psychiatrie. Der andere wurde wahrscheinlich immer noch weiterhin bearbeitet. Und dann kriege ich einen Brief in den Knast von ihm. Wie geht es dir? Was machst du so? Wie ist deine Zelle? Ist es gemütlich? Wie geht es eigentlich deinen Zellengenossen? Wie geht es deinen Zellennachbarn Mehmet, der rechts von dir ist? Was ist mit deinen Zellennachbarn links? Erkan. Was ist mit den aus Station B, mit denen du dich letztens fast geschlagen hast? Was macht der Beamte Meier? Er hat mich nicht mal im Knast in Ruhe gelassen. Er hat mich nicht mal im Knast in Ruhe gelassen. Meine Eltern komme ich besuchen. Die sagen, so ein junger Mann kommt immer zu uns, fragt, ob er bei uns Rasen mähen darf. Wir kennen ihn nicht. Der läuft immer von Haus zu Haus und fragt, ob er Gartenarbeit machen kann. Ich so, bitte lasst niemanden rein. Es soll niemand euren Rasen mähen. Mäht selber euren Rasen. Bitte, ihr müsst auf euch aufpassen. Dieser Typ ist krank, Mann. Dieser Typ ist ein Psycho. Ein richtiger Psycho. Jede Woche hat er mir einen Brief geschrieben. Er wusste über alles Bescheid, was im Knast abgeht. Über alles Mögliche. Meine Psyche ist übertrieben am Arsch. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wenn ich rauskomme, macht er weiter. Er macht weiter. So drei Jahre, okay, für die Leute, die draußen sind, drei Jahre Augen zu Augen auf, drei Jahre sind weg. Aber drei Jahre im Knast dauern länger. Aber weil ich jedes Mal darüber nachgedacht habe, Scheiße, was mache ich, wenn ich hier rauskomme? Ich wollte drinnen bleiben. Ich wollte im Knast drin bleiben. Ich wollte nicht mehr raus. Ich wollte in Sicherheit sein vor diesem Psychopathen. Und dann kriege ich einen Brief kurz vor meiner Entlassung. Ich freue mich schon, dich wiederzusehen. Ich würde gerne mit dir was trinken gehen und die ganze Sache nochmal besprechen. Ich werde langsam müde. Langsam macht es mir auch keinen Spaß mehr. Ich bin Tag und Nacht nur noch damit beschäftigt, euch zu ärgern. Aber das Ding ist, er hat nie eine richtige Drohung und so ausgesprochen. Ich bin zur Polizei gegangen. Ich habe versucht, ihn anzuzeigen. Ich habe dir meine Ängste erklärt und die haben gesagt, solange da nichts ist, solange er sie nicht bedroht oder sonstiges, können wir nichts machen. Wir können nichts machen. Er hat dir nichts getan. Wir können nichts machen. Und ich denke so, Digga, Alter, wenn die Polizei mir nicht schon helfen kann, wer soll mir sonst helfen? Ich komme raus. Ich habe niemandem Bescheid gesagt, dass ich rauskomme. Ich rufe mir ein Taxi. Ich habe im Knast gearbeitet, habe ein bisschen Geld bekommen. Ich rufe mir ein Taxi. Taxi kommt. Ich sitze im Taxi hinten. Der Taxifahrer packt meine Tasche und so in den Kofferraum. Er sagt, wohin? Ich habe gesagt, fahr da und dahin. Er sagt, ich soll dich zu Erdem fahren. Ich gucke den Taxifahrer an. Ich so, zu wem sollst du mich fahren? Er sagt, ich soll dich zu Erdem fahren. Erdem ist dieser Psychopath. Ich habe zu ihm gesagt, was, wie? Klär mich mal auf. Er sagt, ja, du hast dich gerade angerufen und Erdem saß da. Ich so, wie Erdem saß da? Woher weiß Erdem, dass ich euch gerufen habe? Woher? Er sagt, ich weiß nicht. Ich soll dich da hinfahren. Er hat mir 500 Euro dafür gegeben. Ich soll dich da jetzt hinfahren. Ich so, fahr mich nirgendwo. Und Mann, ich habe ein Taxi gerufen. Du fährst mich dahin, wo ich das will, Junge. Was für Erdem, Alter. Diskussion fängt an. Er sagt, ich dachte, ihr seid Freunde, du bist aus dem Knast gekommen. Und er wollte dich eigentlich überraschen. Ich wollte es dir nicht mal sagen. Ich habe gesagt, nein, du fährst mich da bitte nicht hin. Du fährst mich nach Hause. Und ich sehe, er tippt irgendwas in sein Handy. Ich habe gesagt, tippst du gerade irgendwas in dein Handy? Schreibst du ihm gerade irgendwas bei WhatsApp? Er sagt, nein, ich schreibe gerade nichts bei WhatsApp. Ich mache gerade was anderes. Er zeigt mir das sogar noch. Ich habe voll die Paranoia, man. Übertriebene Paranoia. Ich komme zu Hause an. Ich gehe erstmal duschen, essen, trinken, dies, das. Ich sitze mit Familie. Ich bin voll hibbelig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sage zu meinem Vater, gib mal bitte deinen Autoschlüssel. Ich wohne in NRW und ich muss nach Hamburg fahren. Ich sage, gib mal bitte deinen Autoschlüssel. Ich muss heute nach Hamburg. Er sagt, du bist gratis rauskommen. Bleib doch mal zu Hause für ein paar Tage. Ich habe gesagt, nein, ich muss heute nach Hamburg. Da sind so ein paar Leute, die ich kenne, die sich um ihn kümmern würden und keiner weiß, dass ich was damit zu tun habe. Es ist dunkel. Ich sitze im Auto. Ich fahre. Ich bin auf Autobahn. Ich gucke die ganze Zeit in den Spiegel, in den Außen Spiegel, ob mir jemand hinterher fährt. Gar nichts. Ich fahre. Musik ist auch leise, also komplett. Sehr leise. Ich höre nur ein bisschen Musik. Ganz leise. Auf einmal höre ich ein Knistern hinten auf der Rückbank und als würde mir irgendwas so den Rücken runterlaufen. Ich denke so, fuck. Er sitzt einfach hinten im Auto. Ich gucke in den Innspiegel. Ich sehe aber nichts. Ich erkenne nichts. Ich traue mich auch nicht, mich umzudrehen oder anzuhalten oder Sonstiges. Ich weiß nicht, wann das Messer in meinem Hals steckt. Ich fahre und tue so, als wäre nichts. Ich fahre weiter. Ich höre wieder so ein Geräusch. Ich höre wieder ein Geräusch und ich denke so, fuck, Alter. Ich bin am Arsch. Ich nehme mein Handy raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich jetzt Polizei rufe, irgendjemanden anrufe und sage, ich höre was, hier ist was, keine Ahnung, kann sein, dass ich direkt tot bin. Ich fahre, ich höre wieder ein Knistern. Ich nehme mein Handy. Ich rufe einen auf den. Ich rufe einen Kollegen an. Ich habe niemanden angerufen. Ich habe mein Handy auf Flugmodus gemacht, weil ich halte es an mein Ohr und stelle dir vor, es klingelt dann. Ganzer Plan am Arsch. Ich halte mein Handy am Ohr und sage, Bruder, bist du da bei dieser Raststätte? Ich bin in einem Kilometer da. Ich fahre jetzt runter. Nicht einen Kilometer, es sind noch 300, 400 Meter. Ich fahre jetzt den Rastplatz runter. Stehst du da? Bist du mit den Jungs da? Okay, ich bin sofort da. Gib mal 10 Sekunden, ich bin da. Ich fahre in dem Moment den Rastplatz runter, steige sofort aus. Ich habe voll die Paranoia. Aber natürlich steht da niemand. Das habe ich nur so gesagt. Damit er denkt, fuck, die treffen sich gerade an irgendeiner Raststätte. Ich kann jetzt nichts machen. Ich steige aus dem Auto aus. Ich versuche, also ich gehe einen Schritt zurück, mache die Tür von hinten auf. Ich gucke rein. Da lag einfach eine Chipstüte, die sich die ganze Zeit hin und her bewegt hat. Boah. mein Herz ist so am Rasen. Ich weiß nicht. Der hat so meinen Kopf geballert. Meine Psyche ist so gefickt. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Entweder er bringt mich jetzt um oder ich muss ihn umbringen. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich rufe die Polizei an nächsten Tag. Ich habe gesagt, kann ich vorbeikommen? Ich gehe da hin. Ich erkläre denen die Situation. Die sagen zu mir, er wohnt hier gar nicht mehr. Wo wohnt der denn? Ja, dürfen wir ihn nicht sagen. Ich so, bitte macht irgendwas. Ich kann nicht mehr. Wirklich nicht. Auf jeden Fall bin ich zu Hause. Meine Psyche ist, wie gesagt, komplett am Marsch. Ich raste bei jeder Kleinigkeit aus. Eine kleine falsche Bewegung zu Hause. Ich kriege Angst. Gardine bewegt sich, weil es zu windig war. Ich kriege Angst. Wenn irgendwas auf den Boden fällt, kriege ich einen Herzinfarkt. Ich bin total am Marsch. Totaler Marsch. Gott sei Dank. hat er irgendwann aufgehört. Irgendwann hat er aufgehört. Es kam wirklich gar nichts mehr, weil er, glaube ich, gemerkt hat, die Jungs habe ich richtig schön gefickt, das reicht jetzt. Und das Ganze ist jetzt ein paar Jahre her, aber ich habe immer noch Angst, dass er aus dem Nichts wieder auftaucht. Ich weiß ja nicht mal, wo er wohnt. Er hat Polizeischutz. Er ist das Opfer und nicht der Täter. Er ist das Opfer und ich bin der Täter. Aber für mich bin ich gerade das größte Opfer und er der Täter. Aber wer glaubt mir? Gar keiner. Wir haben ihn gefickt im Café. Er hat mit Tanga vor uns getanzt. Ich habe ihn mit einer Knarre bedroht. Ich komme in den Knast. Anni, wer soll mir glauben, dass ich das Opfer bin? Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Zeit vergeht und es kam nichts mehr. Es kam gar nichts mehr. Und in dem Moment, wo ich gedacht habe, da kommt gar nichts mehr, kriege ich einen Anruf. Ja, Polizei, so und so. Eine kurze Frage. Sie hatten ja damals Anzeige erstattet gegen den und den. Er hat sich gemeldet hier. Ich so, echt? Er hat sich gemeldet? Was ist jetzt mit Ihnen? Kann man irgendwas unternehmen? Und dann höre ich auf einmal nur noch so ein Lachen. Ich lasse dich nicht in Ruhe. Ab jetzt, jedes Mal, wenn du die Haustür verlässt, dreh dich einfach um. Pass auf dich auf. Und hat einfach aufgelegt. Cousins, Cousinen, ich habe bis heute Angst. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich gehe kaum noch raus. Ich habe mich mit dem Falschen angelegt. Die Leute, die manchmal am ruhigsten sind, können sehr, sehr gefährlich werden. Und ich möchte euch mit meiner Geschichte einfach sagen, Mobbing, Mobbing, kann dazu führen, dass Opfer zum Psychopathen werden, Mobbing-Opfer sich töten, Mobbing-Opfer jemanden töten, Mobbing-Opfer ihren Verstand verlieren, in der Psychiatrie landen, Drogen abhängig werden, Alkoholiker werden, was weiß ich was alles. Bei mir, er wurde ein Psychopath. Ich glaube, die Message ist hier definitiv angekommen. Ich brauche da nicht mehr um den heißen Brei reden, Cousins. Teilt das Video, liked das Video, kommentiert, auch wenn es nur ein Herz ist oder viele Cousins und Cousinen schreiben einfach nur Algorithmus rein. Ich hoffe, die Story hat euch gefallen und für mich war das selber gerade echt eine kranke, übertrieben kranke Story. Ich danke euch sehr, sehr fürs Zuhören. Abonniert den Kanal, unterstützt mich bei dieser Reise und wie gesagt, tausend Dank für euren Support. Ich liebe euch, ihr seid einfach die Heftigsten und ich würde jetzt am liebsten noch gerne eine halbe Stunde weiterreden, aber Cousins, es war gerade übertrieben anstrengend. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und es gibt natürlich, wie im letzten Video, ein paar Ehrenleute, die gegrüßt werden wollen. Folgt mir und meinem Bruder Emilio ihr kennt das, ist hier irgendwo eingeblendet, Cousins. Folgt mir und meinem Bruder Emilio, abonniert den Kanal, macht einen Screenshot, schickt mir das bei Insta und du bist der Nächste, der gegrüßt wird. Ich küsse eure Herzen und wie gesagt, wir grüßen jetzt noch ein paar Ehrenleute. Cousins, das sind einfach zu viele Namen, ich werde das jetzt einfach ablesen. Erstmal schöne Grüße an mein Cousi Dennis, Mahan der Löwe aus Iran, Ömer Polat, Ramadan Sadiku, Argon, und Nevi und Elmerdin. Ich küsse eure Herzen, vielen Dank für euren Support, danke fürs Folgen Cousins und wir geben hier richtig Gas und nächste Woche Sonntag wird es auch wieder richtig wild. Ich küsse eure Herzen, schönen Abend noch und bis dann Cousis. Bis dann! Bis dann! Merk!